OK und da sind wir wieder zu overwatch Verteidigung Ja, nehme ich den weil sie den Halter gibt Wenig defensive Helden Da nehm ich den halt. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Das ist ja scheißkalt hier. Hat hier noch was zum drüberziehen? Oder wenigstens Fäustlinge? Fäustlinge, der nicht. Das Genesse beginnt. Tick tock, tick tock, tick tock! Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Bitte bleiben Sie nicht bei meiner Barriere. Und Ihre Überlebenschance nicht zu machen wie ich. Hallo! Ich sag's euch, das wird eine blaue Reine klappen. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Arriere, aktivieren! Was bedeutet das? Denk auch, was ist es vielmehr. Was bedeutet das? - Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich habe dich im Visier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist voll das Schiff. Dann wollen wir Ekatis. Ey, ich glaube das haben, ich bin mal auf. mit einer falle zwischendurch noch 60 Sekunden das ist ja voll super das Ding ich übervergestellt alles ist so weit weg die habe aber oh lange überlebt noch 30 Sekunden das schaffen wir nie ach du bist eine Verlängerung noch 10 Sekunden derzeitige Angriff mit Weichung auf eine Ruhe wird wahrscheinlich die 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 Oh, dein Schutzengel ist da. Naja. Ohohoho. Haus hochgeschlagen. Würde ich mal sagen. Oh yeah. Einen Angriff... Einen Angriff mache ich immer mit ihm. Ich beschütze die Unschuldigen. Oh, das ist nicht diese Warte. Was? Was ist das? gesamte fliegungsgefecht machen sie sich bereit zum angriff wählen sie ihren händen ok und wenn sie kunden noch bis es weiter geht die in der fremden noch mit dem die 3 2 alle ich beschütze die unschuldigen da geht ich gehe da hinüber ich will doch nicht länger dafür da ist guten Tag keiner will hier hallo aber wir greifen wieder an hallo 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 guten Tag 5 4 3 2 1 Angriff beginnt Doppeleliminierung ich nehme den Zielbruch ein helf mir dabei oh wir sind schon so weit starte Zieleinsame Routine das war natürlich eine geniale Ablenkung zurück nehme das Ziel ein und geschafft hochgefahren hochgefahren hier zurück zurück runter okay ist der aber bald ist eine Heilung da ok Wieder voll einsatzbereit. Unterdrückerische Feuer. Achtung! Oh shit! Was gibt's denn da? Vielleicht gibt's... Sehr besser. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften! Oh shit! 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 Ich hab schon ganz alle Sachen überlebt. Ich spiele um zu gewinnen! Geht auch noch viel von der Power. Egal nicht. Ich versuch ins Therefore... Oh shit! what? Super! braut Zeit auszusteigen! Achte meine Schatze, ich kann mit dir überhaupt nicht umgehen. Äh, nehmen wir die Überlegung. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu schiffen. Okay. Wie will's mit einer Falle für zwischendurch? Das wird euch geteilt! Was soll ich denn nehmen? Nehmen wir eben einfach wieder. Ich beschütze die Unschuldigen! Schließt euch mir an! Was soll ich denn wollen? Oh, genau das hatte ich jetzt gebraucht. Vorher! Achtung! Unterdrückungsfeuer! Achtung mal ne Kacke! Oh, ich hab ihn gebraucht. Zurück auf Patrouille! Ich nehme den Zielpunkt ein. Hilf mir dabei! Ich kümmere mich um das Ziel! Hohohohoho! Geschafft sogar! Juhu! Highlight des Spiels! CS7! Oh, he's off! Geil! Aha! So! Das mache ich noch und dann werde ich jetzt beendern! Nananananananananananan... Juhu! landeanflug auf nun war jungs gefällt dann okay dann mache ich doch nicht noch mal bis zum nächsten mal